Herzlich Willkommen zur B1 Mündliche Prüfung. Mein Name ist Diana Wagner, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die Mündliche Prüfung. Die Mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 3 Gemeinsam etwas planen, Dialog Die Situation Sie möchten gerne gemeinsam ein Date organisieren. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Wann und wo treffen Die Uhrzeit Was machen Weitere Ideen Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Lisa, wie geht es dir? Mir geht es gut, danke, und dir? Mir geht es auch gut, danke. Wie war dein Tag heute? Mein Tag war ziemlich langweilig. Ich musste den ganzen Tag im Büro sitzen. Wie war dein Tag? Mein Tag war ziemlich langweilig. Ich musste den ganzen Tag im Büro sitzen. Wie war dein Tag? Mein Tag war okay. Ich hatte viel Arbeit, aber ich habe alles erledigt. Mein Tag war okay. Ich hatte viel Arbeit, aber ich habe alles erledigt. Also, wie wäre es mit einem Date am Freitagabend? Also, wie wäre es mit einem Date am Freitagabend? Freitagabend ist gut für mich. Hast du einen bestimmten Ort im Kopf? Freitagabend ist gut für mich. Hast du einen bestimmten Ort im Kopf? Freitagabend ist gut für mich. Hast du einen bestimmten Ort im Kopf? Das klingt gut für mich. Das klingt gut. Wann sollen wir uns treffen, denkst du? Das klingt gut. Wann sollen wir uns treffen, denkst du? Wie wäre es um 19 Uhr? Wie wäre es um 19 Uhr? Ja, perfekt. Toll, ich werde eine Reservierung machen. Toll, ich werde eine Reservierung machen. Danke. Ich freue mich schon darauf. Danke. Ich freue mich schon darauf. Übrigens, hast du irgendwelche Essens, Vorlieben oder Abneigungen? Eigentlich nicht. Ich esse fast alles. Was ist mit dir? Ich bin auch ziemlich flexibel, aber ich vermeide normalerweise scharfes Essen. Alles klar, ich denke das sollte kein Problem sein. Alles klar, ich denke das sollte kein Problem sein. Alles klar, ich denke das sollte kein Problem sein. Ja, das denke ich auch. Gibt es noch etwas, das du tun möchtest, bevor wir zum Abendessen gehen? Hm, ich denke nicht. Aber ich habe gehört, dass es eine neue Ausstellung im Kunstmuseum gibt. Willst du das später am Abend besuchen? Hm, ich denke nicht. Aber ich habe gehört, dass es eine neue Ausstellung im Kunstmuseum gibt. Willst du das später am Abend besuchen? Ja, das klingt nach einer großartigen Idee. Ja, das klingt nach einer großartigen Idee. Gut, ich werde Tickets online kaufen. Schön, danke dafür. Gerne, ich will sicherstellen, dass wir eine gute Zeit haben. Gerne, ich will sicherstellen, dass wir eine gute Zeit haben. Keine Sorge, ich bin sicher, wir werden es haben. Was ist mit Dresscode? Soll ich mich formal oder lässig kleiden? Was ist mit Dresscode? Soll ich mich formal oder lässig kleiden? Ich denke, ein lässiges Outfit ist gut genug. Ich werde auch bequeme Kleidung tragen. Ich denke, ein lässiges Outfit ist gut genug. Ich werde auch bequeme Kleidung tragen. Alles klar, dann werde ich mich auch lässig kleiden. Großartig, ich denke, wir haben alles geplant. Großartig, ich denke, wir haben alles geplant. Ja, ich denke auch. Danke für deine Bemühungen, Max. Ja, ich denke auch. Danke für deine Bemühungen, Max. Kein Problem, Lisa. Danke dir auch. Ich freue mich schon darauf. Ich mich natürlich auch. Oh, bevor ich es vergesse, wie wäre es mit einem Spaziergang nach dem Abendessen? Das klingt nach einer schönen Idee. Das klingt nach einer schönen Idee. Perfekt. Perfekt. Das Restaurant ist nicht weit vom Park entfernt, also können wir uns nach dem Essen dorthin begeben. Ich denke, das wäre eine großartige Möglichkeit, den Abend ausklingen zu lassen. Ja, und wenn wir Glück haben, können wir den Sonnenuntergang beobachten. Ja, und wenn wir Glück haben, können wir den Sonnenuntergang beobachten. Oh, das wäre so romantisch. Ich bin froh, dass du das denkst. Ich bin froh, dass du das denkst. Ich denke, es ist wichtig, dass wir gemeinsam Zeit verbringen und uns besser kennenlernen. Ich bin absolut einverstanden. Ich freue mich darauf, mehr über dich zu erfahren. Ich freue mich auch darauf, mehr über dich zu erfahren. Also, ich denke, das ist alles für den Abend. Wenn es für dich in Ordnung ist, könnte ich auch zum Restaurant gehen. Es ist für mich einfacher. Natürlich. Das ist in Ordnung. Ich gebe dir die Adresse, falls du sie noch nicht hast. Danke, ich habe sie noch nicht, aber ich kann sie auf Google Maps finden. Danke, ich habe sie noch nicht, aber ich kann sie auf Google Maps finden. Super, dann sehen wir uns am Freitag um 19 Uhr. Ja, ich freue mich darauf. Bis bald, Lisa. Bis bald, Max. Bis bald, Max.